Hallo, ich habe was beim Action gefunden und wollte dieses wunderschöne Heftieren mal mit euch durchgehen, weil ich dachte, dass es interessant sein könnte. Das ist von Craft Sensations. Paper cards, stickers, gift paper, gift box. Collection collage with foil accents. Creative Paper Collection. Das sind quasi solche verschiedenen Teile, um an Geschenke zu machen. Und so etwas wollte ich schon immer. Weil ich habe früher immer sehr viel gebastelt, um das an Geschenke zu machen, um die zu dekorieren. Aber mir fehlt die Zeit dazu, aber ich möchte auch kein langweiliges Geschenk verschenken. Ich muss leider dazu sagen, dass mein Handy, mit dem ich das aufnehme, gerade mit den Farben etwas spinnt. Ich habe schon verschiedene Dinge ausprobiert. Das ist mir nach der letzten Aufnahme aufgefallen, weil diese Fingernägel hier, die sind eigentlich rosa und nicht Hautfarben. Aber sie sehen Hautfarben aus. Ich weiß nicht, ob das Problem jetzt gerade auch noch da ist, weil ich den Bildschirm von meinem Handy, so wie ich jetzt gerade aufnehme, nicht wirklich erkennen kann leider. Also die Farben sind nicht ganz akkurat. Ich habe ein bisschen ein Twilight-Filter-Problem. Aber ich denke nicht, dass das stören wird. Hier auf der ersten Seite, quasi, haben wir Papier. Kann ich das einfach rausnehmen, oder? Moment. Das sind sehr dünne zusammengewaltete Papiere mit verschiedenen Muster. Innen haben wir so ein grünes, geputteaussehendes Muster. Und außen soll eine Bastelmatte. Dann bei dem nächsten könnte das eine Speerholzplatte sein, die weiß angemalt wurde. Und innen haben wir so ein helles Minzgrün. Nochmal eine Speerholzplatte, aber diesmal nicht weiß gemalt. Und einen blauen Himmel mit leichten Wolken. Und das hier sieht aus wie Sandstein. Ja, Sandstein ist ja. Und innen haben wir ein dunkleres Grün. Interessante Farben ausmalen. Und hier kommen wir jetzt schon zu den Musterpapieren. Die kann man benutzen, um Sachen zu dekorieren, auszuschneiden, oder auch kleinere Dinge zu verpacken. Hier haben wir eine Blumenwiese. Eine Wildblumenwiese. Die gerade wohl am Samen wegstreuen ist. Man sieht hier nämlich so kleine Fädchen. Haare herum. Flauschige kleine Haare. Von denen sie anmengen. Dann haben wir mal wieder eine Wand. Ich glaube, die Leute mögen wirklich Wände. Aber das heißt, ich glaube, das sind Zeitungen. Hier sind ein paar Worte. Noch mehr Worte. Hier haben wir wieder das kaputte Grün. Das kaputte Grün. Im Hintergrund hört man vermutlich gerade meinen Kühlschrank. Normalerweise sitze ich das aus. Aber ich habe gerade keine Zeit. Tut mir leid, wenn man ihn hört. Und hier haben wir dasselbe kaputte Grün. Aber dunkle. Hier sind so Gras. Eine Grasworte. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt. Die hat ganz weiche Fächer oben. Und im Hintergrund eine Hügel. Und hier ein Baum. Ein Hügel mit vielen Bäumen drauf. Und noch mehr von diesem Bild. Schön. Also das Bild gibt es zweimal. Und hier wieder der himmelartige Blau. Das himmelartige Blau. Mit Auswaschungen, die aussehen wie der Himmel. Und auf der anderen Seite wieder das grün-blaue, das dunklere grün-blaue. Auf der Seite haben wir etwas, das aussehen wie eine Landkarte. Dadurch, dass es verschiedene Papiere sind, die abgerissen wurden und aufeinander geklippt wurden. Und hier oben hat es einen Stempel, der sagt R. London 373 Nr. 43. Wie so eine Briefmarke. Und auf der anderen Seite haben wir wieder diese popartige Grün. Aber diesmal mit Kaffee flippen und Teesaffe. Das hier ist ein sehr knülltes Blatt. Aber es ist nicht sehr knüllt. Es ist flach. Revolutionär. Muss schon sagen, das ist wirklich Next Level. Einpacken. Nach einer Karte aus etwas, das aussieht, als wäre es kaputt. Obwohl es gar nicht kaputt ist. Fantastisch. Ein Genie. Pressspanplatte ist mal wieder zurück auf der anderen Seite. Wow. Ein Designgenie war hier dabei. Und wieder zerrissene Blattästhetik. Und auf der anderen Seite genauso. Hier sind wir wieder bei den Blumen am Anfang. Jetzt verstehe ich das. Okay. Okay. Das sind immer ein langes Blatt. Die haben wir so zusammengeklebt worden, als wären es einzelne, glaube ich. Aber es sieht eigentlich so aus, als wären es einzelne. Ich bin sicher. Aber dann wiederholt sich das Ganze hier wieder. So. Ich hatte recht. Es sind immer ganze Blätter gewesen. Okay. Deswegen habe ich das mal übersprungen. Und jetzt sind wir bei den kleinen Postkarten. Martin. Hi. Die sind perforiert. Das heißt, man kann an sich eigentlich einfach auseinanderreißen. Aber ich würde so etwas immer mit Vorsicht genießen. Es ist eine dickere Pappe. Also, wir sind aus dem schönen Papier raus. Und das erste ist wieder das Bild mit den Blumen. Und das sagt, you're my best friend. Das zweite heißt, wake up and be so very awesome, my dear. A very, very happy birthday to you. Congratulations. Und auf der anderen Seite habe ich gesagt, es ist so Postkartenartig. Kann man also auch versenden. Hier ist dasselbe nochmal, aber mit einem Goldrand. Ich glaube nicht. Nein, hier nicht. Aber hier haben wir einen Goldrand. Also das ist für deinen wirklich echten besten Freund. Das andere ist für deinen falschen besten Freund. Und auch hier haben wir perforierte kleine Karten. Hier steht drauf, sind Gänseblümchen. Wenn es dein Tag ist, wenn es dein Tag ist. Noch mal ein sehr, sehr Happy Birthday to you. Happy Birthday. Okay. This is your day. Enjoy. You are my favorite of all time in the history of ever and ever. Wow. Das wir sind soulmates. Ob platonic oder romantic. Egal. Soulmates. Das werde ich glaube ich niemals eine Person geben lassen. Fremdschämen und sehen. I wish you confetti, glitters, balloons, cake, champagne, puppies, kittens and lots of presents. Oh, das ist schön. Aber ich dachte für Glitter gibt es keine Mehrzahl. Gibt es Glitters? Ach was weiß ich. Und dann, just a little something on your special day. It's your day. It's your day. Und auf der nächsten Seite haben wir wieder dasselbe, nur wieder mit goldenen Akzenten. Manchmal ist es nur der Rahmen. In dem Fall ist es hier nur der Rahmen bei it's your day. Aber hier ist it's your day. Oh, das Geschriebene und der Rahmen. Wir haben Happy Birthday in Gold. Und hier der Rahmen und dieser wunderschöne Text muss ich nochmal vorlesen. Sehr wichtig. You are my favorite of all time in the history of ever and ever. Boom. Ah, hier kann man. Holiday Memories, Summer Memories, Party Memories und Favorite Memories. Als Sticker. So, irgendwo draufkleben. Nein, es sind keine Sticker. Aber, nein, keine Sticker draufkleben. Ach, schön. Auf der Rückseite kann man auch was drauf schreiben. Da ist... Ach, das habe ich gar nicht gesagt. Die Rückseiten sind nicht glänzend und die Vorderseiten sind glänzend. Das heißt, vorne kann man weniger gut was drauf schreiben, aber hinten kann man was drauf schreiben. Und hier sind überall noch kleine Blümchen drauf. Das heißt, wenn man das hier vorne auch nicht haben möchte oder nicht braucht, kann man einfach auch nur die Rückseite benutzen. Weil die auch sehr schön ist. Das finde ich wirklich schön. Allein dafür hat es sich schon gelohnt. Und hier dasselbe nochmal zu eben. Gold am Rand. Aber hinten ist kein Gold drauf. Und hier sind Perforia-Check. Genau sowas hatte ich früher immer gemacht. Genau, deswegen habe ich es auch hauptsächlich gekauft. Diese kleinen Karten, die man durch das Band, durch das Geschenkband zieht, wo man dann auch Namen drauf schreibt und sowas. Wir proben jetzt noch andere Sachen wie... Das contains a present. Just a little surprise. I think you are awesome. Cheers to your birthday. Time to throw confetti. It's an awesome present. For my best friend. You are my favorite. This is for your birthday. I think it's time to party. Just a little present. Just a little present. Und nochmal. Just a little present. Hier steht auf Congratulations, 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 congratulations. Mit einer schönen Blume aufgezeichnet. Und auf der Rückseite. Und auf der Rückseite. Und auf der Rückseite. kann man bei den Unteren was drauf schreiben. Bei den Oren steht aber drauf. Proud. Sorry. Dream. Happy. Party. Enjoy. Best to do. Sweet and love. Und hier ist immer nur eine kleine Message für euch auf der Seite. Auf der Seite, auch wieder perforierte Papen, haben wir kleine Sechsäcke oder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja, Sechsäcke. Da steht, you're a sweetheart, you should definitely unwrap me. This is a threat, most certainly. Sixteen, eighteen, thirteen, twenty-one, fifty, sixty. Also ein paar Zahlen. Alle anderen Zahlen sind nicht okay, aber für die einen zum Beispiel. Just a little present. Happy birthday to you, with love, xxx. Happy birthday to you, sorry not sorry, you're a sweetheart. I'm very proud of you. Das könnte ein Sticker für solche Väter sein, die so seltsam drauf sind. And they left happily ever after. Oh, wenn auch in Zeit. Und schon wieder diese Postschnecke. Und auf der Rückseite kann man auch wieder etwas aufschreiben. Und hier haben wir nochmal genau dasselbe. Und hier haben wir wirklich Sticker, wow. Okay, das hätte ich nicht gedacht, das sind Aufklärungen. Ja. You're my favorite of all time in the history of ever and ever. Diese Person müsste ganz viele Geschenke machen, weil es kann ja nur eine Person sein. Weil, is your favorite now. Ganz, ganz viele Geschenke, weil wir haben ganz viele Sticker für diese eine Person in eurem Leben. die eure Lieblingsperson ist. Für immer und immer. Nur dass ihr wisst. Keep going, keep growing. Dann hier wieder ganz viel congratulations for you. Thank you so much. Always and forever. Just a little something. I am so sorry. Das ist für alles, was ihr versaut habt. I love you. xxxx. To read, to shop, to buy, to try, to watch, to taste. Es ist schön. Kann man auf die Geschenke draufkleben. Wie zum Beispiel hier. To read, to shop, to buy, to try. Vielleicht auf Geld. Keine Ahnung. Und hier haben wir noch schräg runter. Enjoy. Thanks. Special. Tomorrow. Birthday. Do today. Surprise. I love you. Forever. Always. Friends. Keine Ahnung, was da steht. Groceries. Steht da Groceries? Ich glaube schon, ja. Also der Einkauf. Der Wochenenkauf. Shopping. Und Gardening. Oh, hier sind die fancy Sticker. To do. Make. Write. Watch. Read. Love. Celebrate. Birthday. Wishlist. Groceries. Also stand auch Groceries vorhin drauf. Tomorrow. Und to do. Nochmal. Die haben wir in goldenen Pfeilen. Und so ein Namenssticker. Weißen so, wo man die Namen aufschreiben kann. Oh mein Gott. Umranden. And you have to watch. To read. To celebrate. Oh, no. To celebrate. To do today. Birthday. Wishlist. For books. Und dann hier zwei lange goldene Sticker. Die davon an der Linie sind. Cute. Sweet. Love. Und goldene Sternchen. Und mitfarbene Sternchen. Und goldene Herzchen. Mitfarbene Herzchen. Goldene Herzchen. Okay. Congratulations in gold. Thank you so much. I am so sorry. Always and forever. I love you. Und nochmal congratulations. Und hier noch für euren Tagesplaner. Denk immer. Monday. 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 Ah. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Weekend. Weekend. Okay. Es lässt sich von meiner Perspektive auch schlecht lesen, weil das Gold so glitzert. Glänzt. Und dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, zehn, vierzehn, fünfzehn, sechszehn, sechzehn, siebzehn, neunzehn, zwanzig, hihondertzig, zwei, 21, 21, 21, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 36. 30. Eine seltsame Zahl zum Aufhören, aber okay. Und hier haben wir Dreiecke, die man auch so hätte machen können, dass sie immer ein Triforce bilden. Hat man aber nicht. Das ist in meinen Augenverkoidung. Und hier haben wir auch, forever, always, surprise, things, enjoy, today, to read, oh always, enjoy. Und hier unten haben wir noch so Sticker, sechseckiges Sticker mit Blumen drauf. Und runde Sticker, eine ganze Seite voller runde Sticker. Wow. To give, to pay, to do, to taste, to watch, to try, to buy, to shop, to read. It's holiday time. I love you. This is the day. Was für ein Tag ist heute? Der Tag und kein anderer. Let's cut a cake. Aber es sieht aus, weil es steht drauf, let's get a cake. Okay. The best sister. My best friend. This is the third day. Nochmal. You're the best. I love you. Nochmal. Also, Bruder darf man nicht sein. Man darf nur eine Schwester sein, kein Bruder. Wow. BFF. B-Day. Cute. Love. What the fuck? Wow. Warum? Warum? What the fuck? Das war alles so. Das passt hier irgendwie nicht rein. Hier haben wir Sticker mit Geschenken drauf, mit einem Kalender, mit einer Gelände, Ballons, einem Kuchen mit Kerzen. So eine Konfetti-Kanone. Und nochmal ein Kuchen, aber mit einer Kerze. Januar, Januar, Februar, March, April, June, July, August, September, October, November, December, week, month, year. A little present, just for you. Because it's your day, a special gift. Sorry, sorry, sorry. This is not chocolate. I repeat, it's not chocolate. Do not eat it. Happy birthday, congratulations. Und hier haben wir einen Kalender für Geburtstage, wo man eintragen kann, wann mehr Geburtstage hat, damit man es ja nicht vergisst. Und hier, weil es sehr langweilig wird, weil man auf die Geburtstage warten muss, kann man Mandala smahlen. Aber nur zwei Mandalas und die sind so dünn, dass auf jeden Fall alles durchscheinen wird, weil selbst die Druck vom Mandala bereits durchscheinen. Dear friend, kann man einen Brief schreiben und es sieht so aus, als hätte man einen dreckigen Kaffee-Tasse drauf gemacht. Eine Gelände mit A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, M, N, O, P, Q, H, S, D, U, V, W, X, Y, Z. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Damit kann man einen ganzen Drohbrief schreiben, wenn man es gut anschaut. Gute Drohbrief. Und dann haben wir hier wieder hier Papiere. Genau. Und hier nochmal zum Gehirtsvorschreiben, denke ich. Ah, nein, ok. Spring, a lovely reminder of how beautiful change can truly be. Das heißt, du bist hässlich. Bitte ändere dein gesamtes Gesicht. If you had no winter, spring would not be so pleasant. Das heißt, stell dich nicht so an. Andere Leute vorgehen. Hallo, Januar, New Year, New Month, New Chances. Ja, das stimmt. Das ist dein Fakt. Everything is fine, where there is sunshine. Oh. Die Süß. Oh, das ist so viel sunshine und alles vertrocknet. At the end of the day, your feet should be dirty, your hair messy and your eyes sparkling. Hört sich ein bisschen nach Colum für mich an. Nur halt die Haare, nicht messy, sondern halt weg. Hello, June. Surprise me. Hit me with a car. Look for the bits of beauty in every day. That is where the magic happens. Also ignorier die hässlichen Leute um dich rum und schau nur die Hübschen an. Marry everything and happy always. Okay. Das sind für die Leute, die kein Weihnachten feiern, aber trotzdem gerne Weihnachtsgeschenke verschenken. Das verstehe ich. Das ist ein Konzept, das ich verstehe, das ich gut finde. Und da stehe ich voll dahinter. Rain is just confetti from the sky. Nein, Regen sind die Tränen. Der vergangenen Generationen. Und der zukünftigen auch. My favorite color is October. Das müsst ihr einem Freund schenken, der farbenblend ist. Okay. A fallen leaf is a summer's wave goodbye. A fallen leaf is a summer's wave goodbye. Sommer is wave goodbye. Summer is wave goodbye. Verstehe ich nicht ganz. Ich glaube, ich bin blöd. Und nochmal der Kalender für Geburtstage. Und nochmal Kaffee. Und nochmal Dear Friend. Oh, noch mehr Zeug für Drohbriefe. Perfekt. Gehe ich mir meine Drohbriefe. Ja, ich glaube, der Rest wiederholt sich auch wieder. Ich schau mal kurz. Nein, es geht weiter. Wir haben einen Karton, der nicht perforiert ist. Das heißt, man muss sehr gut mit einer Schere umgehen können. Und dann kann man einen kleinen Geschenkkarton bauen. Special gift for you. Und hier oben ist auch nicht perforiert, aber da kann man noch was draufschreiben und das dann vermutlich draufkleben. Okay, aber das ist noch eine einzige davon. Share your creations with the hashtag Craft Sensations on Instagram. Ich möchte nochmal zurück an den Anfang gehen. Okay, ja, es steht nur Giftbox drauf. Es steht nicht drauf. Es steht drauf, dass eine Giftbox drin ist. Okay, also haben Sie nicht gelogen. Schön. Auf der Rückseite sieht man nochmal, was alles drin ist. Es ist sehr viel drin. Also es sind weniger Wiederholungen, als ich dachte. Und hier steht es nochmal. Papierkartenaufkleber, Geschenkpapierer und Geschenkbox. Ein bisschen kitschig vielleicht. Aber ich glaube, ich werde auf jeden Fall zumindest da, wo nichts draufsteht, das werde ich gut benutzen können. Und natürlich, für meine Drohbriefe wird es auch ein Game Changer werden. Das war alles für heute. Ich hoffe, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet entspannen oder einschlafen. Bis zum nächsten Mal. Und gute Nacht. Oder weiteres schönes Entspannen. Oder weiteres schönes Entspannen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Gut genug! Oder schönes Weiteres entspannen.